Polizei und Justiz CSU und Freie Wähler wollten die Polizei ausbauen und versprachen, pro Jahr 500 weitere Stellen zu schaffen. Dieses Versprechen wurde gehalten. Die Polizei bekam das jährlich zugesagte Personal. Damit verfügt die Bayerische Polizei insgesamt über mehr als 45.000 Stellen. Ein weiteres Ziel, jährlich mindestens 10% der angefallenen Überstunden bei der Polizei abbauen. Dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Ende 2018 hatte die Polizei mehr als 2,1 Millionen Überstunden. Ende 2022 waren es 3,2 Millionen. Das liegt auch an besonderen Umständen. Corona- und Klimademos, der G7-Gipfel in Elmau und die Folgen des Ukraine-Kriegs erschwerten den Abbau. CSU und Freie Wähler hatten zugesagt, Polizei und Justiz beim Vorgehen gegen strafbare Inhalte, zum Beispiel im Netz, zu stärken. Dieses Versprechen wurde teilweise gehalten. Im Kampf gegen Cybercrime und Kinderpornografie im Netz wurden die zuständigen Spezialstellen zwar gestärkt, eine bereits lizenzierte Software zur Strafverfolgung kann aufgrund rechtlicher Hürden aber noch nicht eingesetzt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017